Hallo und willkommen. Ziel meiner Ausführungen ist es, zunächst die Gesamtheit der Prüfungen in einem Studiengang darzustellen und die dabei heute verwendeten Prüfungsformate zu diskutieren. Hinzu kommen noch die Hochschulen selbst, die mit Studiengangsunabhängigen Tests allgemeine Studienvoraussetzungen überprüfen, zum Beispiel zur Feststellung der Sprachfähigkeit oder auch neuerdings die Anerkennung extern erbrachter Leistungen. Beginnen wir auf der Ebene eines fiktiven Studiengangs mit mehreren Modulen bzw. Lehrveranstaltungen. Viele Hochschulen bieten hier Eingangsprüfungen zum Teil zur Selbsteinschätzung an und mit einer oder mehreren Abschlussprüfungen wird ein Studiengang abgeschlossen. Die Eingangsprüfungen werden zur Selbsteinschätzung aber zum Teil auch als reguläre Aufnahmeprüfungen angeboten und finden heute oft elektronisch statt. Denkbar sind auch humanoide Roboter, zum Beispiel bei individuellen mündlichen Aufnahmeprüfungen. Bei den Abschlussprüfungen handelt es sich meist um schriftliche Arbeiten. In manchen Studiengängen sind aber auch Projekt- oder Produktentwicklungen möglich. Die Regel ist, dass diese Arbeiten zumindest noch anteilig in physikalischer Form eingereicht und zusätzlich von einer mündlichen Prüfung begleitet werden müssen. Auf der Ebene der Module können diagnostische Prüfungen eingesetzt werden, um die Studierenden schon im Vorfeld einer Lehrveranstaltung bzw. eines Moduls inhaltlich einzustimmen und ihnen möglicherweise Hilfestellungen anzubieten. Über sogenannte Modulabschlussprüfungen werden im Regelfall am Ende die Module eines Studienganges zertifiziert. Bezogen auf ein einzelnes Modul oder eine Lehrveranstaltung dient die diagnostische Prüfung, die zumeist optional ist und in der Regel elektronisch angeboten wird, dazu, das Vorwissen der Studierenden zu überprüfen und ihnen gegebenenfalls Tipps zur Wissensauffrischung zu geben. Die Abschlussprüfung dagegen dient zur Zertifizierung eines Moduls und kann in verschiedenen Formen angeboten werden, mit dem Ziel, die im Modul erworbenen Kompetenzen und Fertigkeiten zu überprüfen. Das geschieht zumeist klassisch, aber zunehmend auch elektronisch. Bei den elektronischen Prüfungen gibt es aber ein Problem. Ich hatte ja bereits mehrfach erwähnt, dass das derzeitige elektronische Prüfverfahren mit der Entwicklung des Lernens nicht Schritt hält. Mit den gängigen Testtypen, zumeist im Choice-Format, fragen wir über eine starre Methode fast nur Wissensmengen ab. Und im Gegensatz zu ihrem Alltagsverhalten haben die Studierenden dabei keinen Zugang zu weiteren neuen Technologien. Aber genau das benötigen sie, um in der digitalen Welt zu bestehen. Daher ist die Internetnutzung für mich generell ein Muss. Egal in welchem Prüfungsformat. Und noch etwas. Abschlussprüfungen sollten auch den Aspekt des Teamworks einbeziehen. Denn in einer modernen Arbeitswelt ist Teamwork mehr denn je gefragt. Zurück zu unserem Modul. In den Lerneinheiten der Module oder Lehrveranstaltungen selbst gibt es für jede Lerneinheit, zum Beispiel Lerneinheit 3, hier Basic Segments of Speech, eine Reihe weiterer Prüfungsmöglichkeiten. Von diagnostischen bis hin zu summativen Prüfungen. Bisweilen in klassischen, aber aufgrund diverser neuer Möglichkeiten vermehrt in elektronischen Formaten. Und das Ziel dieser Prüfungsformate ist primär die Wissensüberprüfung. Speziell in digitalen Lehrformaten wie dem Inverted Classroom muss festgestellt werden, ob die in den Lerneinheiten angebotenen Inhalte auch durchdrungen werden. Es ist zwar auch hier möglich, Kompetenzen zu überprüfen, doch wird dies zumeist eher in die Modulabschlussprüfungen und nicht in die einzelnen Lerneinheiten verlagert. Hier nochmal die Zusammenfassung aller Prüfungen während des Studiums. Schon heute werden die primär auf die Diagnose ausgerichteten Prüfungen als elektronische Tests abgewickelt und auch die mit den Inverted Classroom-Formaten assoziierten Tests werden am Computer durchgeführt. Studiengangsabschlussprüfungen dagegen sind immer noch klassische Prüfungen und auch die Modulabschlussprüfungen werden noch vielfach traditionell mit Stift und Papier durchgeführt. Dass es aber auch elektronisch geht, zeigen wir seit vielen Jahren mit unseren kompetenzorientierten E-Klausuren. Und eines wird mit Sicherheit kommen. Die anteilige Übernahme von Prüfungen durch Roboter, so wie wir das teilweise schon heute mit dem Projekt HART ausprobieren. Die Digitalisierung hält also auch im Prüfungswesen Einzug. Wie solche digitalen Testformate aussehen und wie man damit nicht nur Wissen abprüfen kann und auch den Teamgedanken einbauen kann, das zeige ich Ihnen in einem weiteren Video. Bis dahin besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!